Musik Und das ist eine schier wunderbare Sache. Ihr müsst wissen, in letzter Zeit war der Bedarf an Nahrungsmitteln etwas einseitig. Ja, ja, aber das kann schon sein. Wir haben die beiden Kostet gemeinsam. Ah! 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 Mann, was ist das denn? Ah! Aber es ist ja auch schon sehr, 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 sehr. Aber es ist ja auch schon sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr spät. Sie wissen ja ein spätes Abendmahl. Sie denken nur an sich und nicht an das, was aus mir wird. Wenn sie zu Feitern unverheiratet bleiben. Möglich, das geht nach dem Darmstadt. Oh! Musik Musik Wir sind gerettet, wir sind doch ein guter Weg. Aber hoffentlich, der Masse, der anfließt, ja, wenigstens hängt unser Schicksal nicht von hier ab. Jetzt verändere ich mich. Noch nicht ganz. Jetzt kommt erst alles Schöne noch. Schöne, grüße, traurig. Das traurig ist ja. Ja, wir sind doch unter! Ja, wir sind doch unter! Eingewildete Zittern! Komm hoch mit ihr, du! Sei, dass doch immer keine Name ist, mein Vater eingepackt wird. Seine Frau ist ja bekanntlich. Die Ruhe im Frieden. Aber grad da ist es möglich, dass... Seid nicht still! Die Ehre! Lass auf von ihr, Biest! Ich bin der Gast. Doch, ich werde gehen. Und ich geh nach den Kindern gucken. Die Applaus Die Applaus In Kreise gelaufen bin ich. In Kreise gelaufen bin ich. Muss ich denn jetzt im Wald übernachten? Nein. Dann verlaufe ich mich noch. Ich habe nicht fast jeden Tag unterhergekommen. Ich habe nicht fast jeden Tag unterhergekommen. Dann ist unser Rhein-Mütter-Salat. Du armes, kleines Ding. Komm mit. Wir werden erst mal einen Pass im Tee trinken. Dann rückst du dich gleich wieder, oder? Dann rückt übrigens gerade so. Dann rückst du dich ja so. it OUT bem. Summit in Parball. Dann rückst du dich, aber ganz offen. Aber ich bin nicht dabei am kurzen Weg damit, oder? An die Kinder hier? Wenn Sie welche sehen, das ist gut. Mach hier vor. Geh mal mit vor. Weg damit, wir brauchen es doch nicht, oder? Und an wen? Sind Sie hier welche rum? Vielleicht Kinder? Keine Freiwilligen. Keine Kinder für Breithaler. Nicht schade. Vielen Dank, Peter. Wirklicherweise habe ich Hinweise aus der Bevölkerung bekommen und habe von Namen genannt bekommen. Ja, ist denn ein Johannes Grünberger, eine Ariane Horn, ein Eric Stahl, sind die da? Können die mal bitte nach vorn kommen? Nein. Allein. Da fehlt noch einer. Und ein Dominik und ein Konstantin May, sind die auch da? Geh mal weg, ich habe Angst. Hey, bitte, ich habe Angst. Drei von euch haben heute Schulanfang. Und zwei von euch, die sind aus dem fernen Königreich Thüringen, die haben das nächste Woche Schulanfang. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch zum Schulanfang. Ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Ihr habt ja gemerkt, ich hatte jetzt vor kurzem Probleme mit Rosendieben. Zum Glück habe ich Hinweise aus der Bevölkerung bekommen. Und deswegen habe ich jetzt fünf Namen hier. Der Norwin Steinke, die Klara Seidel, Emanuel Gärtner, Elisabeth Fröse und Luis Zinsmeier. Sowie der Timmy Wielte. Das sind die fünf Personen anwesend. Und das sind die fünf Personen anwesend. Nein, wir haben natürlich keine Hose gestohlen, sondern wir werden ab morgen in die Schule gehen. Und deswegen gibt es vom Freilichstaat noch ein kleines Prozent für den Schulanfang. Wow! Das war doch der Zettel. Warte doch nochmal, den Zettel eins ist üblich. Das war doch der Zettel. Das war der Zettel. Das war der Zettel. Da ist ein Zettel. Ach, hier kommt noch. Hier. Danke. 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 Gegen feste Feierabend ist nichts einzuwerten. Sieht immer noch aus wie Zau. Was für ein herrlich, einfach wunderbarer Morgen. Ah, mein Name ist Rackula und ich will dein Blut. Mein Herr hat es schon mal aus die Uhr geschaut. Ach du Scheinsack, wenn es ja Zeit ist. Ah! Ah! Hör mal! Hör mal! Hör mal! Oh! 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 Was ist das? Wo doch der Liebreiz so von ihren schmacken Wangen scheinen ist. Einfach, Herr, rüst bescheidene Kameriner, mit einer ganz große Leichte in ihrem Stamm. Ja, ja, ja. Lauf! 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 Was ist das hier? Einerenhaus! So schnell du auf mich! Was ist das hier? Es ist mir eine Freude hier zu sein und den Abend hinein das Hof angenehm in Atmosphäre zu verbringen. Dann verzeiht mir. Etwas, was vorher nicht so war. Hä? Das erzähle ich dir, wenn du aus dem Geschirrspieler raus bist. Ja! 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 Gut, mein Sohn! Dann geh! Sei gesegnet! Ich brauche mir noch auch die Garten. Sie riecht! Ich riecht! Und schuldig! Ah! Sehr schön! Ah! Was machst du denn hier? Bist du teilig mit das Nächste Jahr dran? Was hast du fein gemacht? Es läuft, es läuft die mir nicht. Schnell den Futterraum. Mann, stopp da! Komm da her, du! Du! Die bleibt eingesperrt, bitte nicht vergessen! Nein! Hörts! Geh nach zu oben! Er wird noch nicht vorbei! Komm her, du! 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 Das ist doch! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Heute ist kein Karsting, klar! Ich kann's beweisen, Moment! Dann beweis es! Ja, schwarz auf euch! Karsting! Ist das? Der allerletzte Mohikaner! Ja allerletzte! 1.5.2017! Oh Mann, was kannst du überhaupt? Ja lesen kann jetzt gar vorbei! Na gut, heute habt ihr die Bühne nochmal! Aber dann, zu dem Bär! Wir können ab! $$$! $$! $$! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du elender Wurm, komm sofort hier vor, und ich zeig dir, wann es heißt mir kein Whisky gegeben, ich bin kein Wurm. Du elender, süßkerl, das kennt ihr eigentlich, ach! Bleib mal ruhig, das ist... Oh... Aber okay, jetzt geht's... Oh... Oh... Was willst du denn jetzt noch hier? Oh... Hey! Check! Tot demان! Haha! Ready?! mot ADA